Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Ja, jetzt Zeit einen Survivor zu spielen. Ich werde noch geschwind einer Lobby beitreten und dann denke ich, werde ich... Oh Gott, hoffentlich geht es nicht gleich los. Wenn es noch gleich losgeht, dann äh, ja. Ich klicke einfach mal fertig, oder was soll ich mir passieren? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin leider erst mit dem Level 9. Ich komme leider auch nicht dafür. Und ich habe dieses Leichtgewicht genommen, aber ich weiß auch da nicht, was ich nehmen soll. Wir sind alle so, yeah. Haben wir irgendwas, was wir einsetzen können? Zu spät. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Ladebalken. Oh, da ist der Schirmwand. Da wieder vereint habe ich jetzt also statt pre-findet kommt jetzt wieder vereint. Oh, da ist der Schirmwand. 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 in den Keller. Ernsthaft. Das ist jetzt nicht so toll, ne? Wir haben noch nicht mal einen Generator an. Ich hoffe, ich komme wieder gut. Fuck it! Das ist ja gar nicht gut. 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 Das sieht doch hübsch aus, oder? Als Kerl! Mal kurz. Das ist ja gar nicht gut. Das ist alles. Das ist ja gar nicht gut. Das ist ja gar nicht gut. Ja ihr macht meine ganzen Generatoren an die ich es angemacht habe, das ist echt nicht toll. Echt ich bin jetzt der erste der stirbt. Komm schon, mir tut schon der Finger weh vom Space. Wo bleibst du? Kumpel, hol mir ich sie ab. Oh, das ist echt nicht. Lass uns raus hier, raus hier. Das ist nicht dein Ernst. Nimm ihn! Nimm nicht mich! Nimm ihn! Shit! Oh man, ich hab echt kein Glück momentan. Was ist denn los hier? Ich nehm mal zwei Finger für den. Vielleicht gehts schneller. Die haben das Wiggeln verändert. Guck mal. Das war's mit mir. Ich bin weg vom Fenster. Tut mir leid. Es lief nicht. Es ist nicht gelaufen. Ja, leider. Ich hätte nicht in Prestige gehen sollen. Es ist irgendwie voll schwer, wenn man keine vernünftigen Perks hat. Also, so kommt das mir wirklich vor. Wow, ich bin Level 10. Warum bin ich Level 10? I don't know, warum ich Level 10 bin. Was ist das? Tiere scheinen dir zu vertrauen, dass sie bei deiner Anwesenheit oft ruhig bleiben. Reduziert die Chance auf Vorwarnung. Aha. Ist ein Scheiß drauf. Ich hoffe, ich finde gleich schnell ne Lobby. Was ist das? Irgendwelche Items? Ja. Was ist da? Bitte? Ähm. Ja, komm fertig. Nicht gleich drum tun hier. Ey, der sieht genauso aus wie ich. Wie mein Charakter. Ist bei euch auch momentan so schwül. Bei uns ist es echt schwül. Man kann die Luft schneiden. Aber für euch nehm ich doch gerne auf. Ne, erzählt mir mal, wie es bei euch das Wetter. Habt ihr schon Ferien? Seid ihr im Urlaub? Für die älteren Herrschaften. Genießt ihr das schöne Wetter? Hallo. Komm schon, hier. Hier gleich dran. Komm schon. Komm schon. Komm mit. Follow me. Warum ist der mir jetzt nicht gefolgt? Komm schon. Ich seh dich doch hinten. Komm doch jetzt her, Mensch. Wie ist denn da hinten irgendwo? Wie ist denn da hinten irgendwo? Echt jetzt. Ich hab den Generator alleine gemacht. Nudelwutz. Schniedelwutz. Nudelwutz. 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 Ich sehe ihn nicht. Ach Scheiße, hier gab es kein Ding. Uah! Kein HM. Au! Er ist jetzt, ich habe hier das Leben gerettet und es macht keiner den Anstand und kommt zu mir. Ja? Wisst ihr genau, das ist nämlich der Grund, wo ich mir manchmal denke, ok, warum sollte ich noch einen retten? Weil, tut ihr mit mir auch keiner. Also, wie schlimm. Denn wir rennen zum nächsten Generator und der steht im Schaden. Es ist echt, sowas finde ich einfach nicht schön. Sorry. Es ist Kindergarten. Ich habe zwei Generatoren gemacht, ja. Ich habe den einen befreit. Das macht mir schon, wenn ich drauf bin. Der steht da nur im Schrank, ich gucke. Ich würde am liebsten den Keller anschreiben, ja. Und sagen, hier, pass auf, keiner steht nur im Schrank. Aber danke, liebes Team. Danke. Das war echt nicht schön für euch. Hätte ich mal die eine nicht gerettet. Nee, sowas ärgert mich. Echt? Der Geist, das hatte ich mir richtig gekämmt. Wie heißt der Killer? Sehe ich das? Was ist das? Aber ja, meine liebe Freunde, ich habe zwei Runden mit dem überleben direkt gespielt. Das hat nichts gebracht. Ich verteile hier vielleicht nur ein paar Pünktchen. Nee, Spaß. Und ich sage mal, danke fürs Zuschauen. Schau doch beim nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst mir doch ein Like da, einen Kommentar. Oder ein Däumchen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.